Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Subbelratter Straße und wollte dann rechts auf die innere Kanalstraße abbiegen in Fahrtrichtung Aachener Straße. Dabei kam es dann zu einem Verkehrsunfall und zu einem Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Radfahrer aus Köln. Bei diesem Zusammenstoß ist der Radfahrer überrollt worden von dem Lkw und der Radfahrer ist an den schweren Verletzungen, die dadurch entstanden sind, leider an der Unfallstelle noch verstorben.